Haben Sie schon aus dem Fenster geguckt? Draußen wandert ein Kamel rum und spuckt. Es ist rosa, hat ein Handteil und singt. Glauben Sie, dass das Kamel es weit bringt? So ein Kamel kann hier nichts werden. Sagen Sie vielleicht und gehen dann vorbei. Und schon haben wir wie durch Zauberei mitten unter uns Kamel Nummer zwei. Es sieht aus, als fühlte es sich hier wohl. Hängt am Telefon und trinkt Alkohol. Läuft gern Rollschuh und spielt Flöte im Bett. Und behauptet, alle Menschen sind nett. So ein Kamel kann hier nichts werden. Sagen Sie vielleicht und gehen dann vorbei. Und schon haben wir wie durch Zauberei mitten unter uns Kamel Nummer zwei. Was macht's, wenn die zwei irgendwann sich begegnen und entdecken? Es kann nichts passieren, außer ganz nebenbei eines schönen Tags Kamel Nummer zwei. Wenn Sie zweifeln, gehen Sie doch mal raus. Steht, steht da nicht so ein Kamel vor dem Haus. Guckt sich um und tut, guckt sich um und tut, als ob es was sucht. Und hat eben ganz entsetzlich geflucht. Was macht's, wenn die zwei irgendwann sich begegnen und entdecken, wie es kann? Nichts passieren, außer ganz nebenbei eines schönen Tags Kamel Nummer drei. So ein Kamel kann hier nichts werden. Sagen Sie vielleicht und gehen dann vorbei. Und schon haben wir wie durch Zauberei mitten unter uns Kamel Nummer drei. So ein Kamel mit der Stahl Nummer drei. Das war Jürgen von der Lippe.